Sagt mal, könnt ihr auch mein Rätsel lösen? Welche Maus kann fliegen? Mal sehen, ob ihr das wisst. Die Fledermaus kann fliegen, doch nur wenn's dunkel ist. Die Fledermaus kann fliegen, doch nur wenn's dunkel ist. Welches Pferd kann tauchen? Ja, weiß das irgendwer. Das Seepferdchen kann tauchen, lebt tief im großen Meer. Welcher Strauß kann laufen? Wem ist denn das bekannt? Der Vogelstrauß kann laufen durch heißen Wüsten Sand.